Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Spyros the Dragon. Ja, wir haben auch bei dem letzten Mal die letzte Welt, die letzten beiden Welten, und zwar die Haunted Towers und die, das Boss Level dieser Dreamweebers Welt abgeschlossen, was mich sehr frustriert hat, dieses Level. Also das war wirklich, boah. Ich hoffe, das Lacken hat sich jetzt eingestellt beim Spiel, denn es ist ja eine Automa Session. Ich nehme mir meistens mal zwei Folgen am Stück auf. So, mal gucken, wo kriegen wir hier Pilze? Ich glaube, hier keine. Oder doch? Wir brauchen Pilze. Ich will nämlich gar nur die Bälle haben, wenn wir nach Cinox-Welt reisen. Du Mistviecher. Schmetterling, sehr schön. Du Mistviech, stirb. So, vielleicht sogar noch ein neues Leben holen. Wäre ja sehr schön. Eindeutig. Ey, was ist denn das? Ey, hallo. Wollen die mich echt verarschen hier? Ach, dieses Spiel verarscht mich heute den ganzen Tag schon. Was, bitteschön, war darin jetzt verkehrt? Ich konnte das Viech doch umstoßen. Es war noch nicht groß. Nein, es war noch nicht groß. So, jetzt reicht es mir. Die Bälle haben Leben verloren. Wir fliegen in nach Cinox-Welt. Ganz einfach. Och, Mensch. Hör doch auf. Dieses Spiel will mich total verarschen. Ganz ehrlich. Also, ich glaube, viel Erfolg werde ich heute nicht mehr haben hier. Aber wir gehen in die nächste Welt. Und zwar Amos, der Ballonfahrer, wenn wir da hinfliegen. Und zwar in Narsis-Welt. Und ab geht's. Und die Musik wird euch da vielleicht bekannt vorkommen. Ja. Willkommen in nach Cinox-Welt. Die Musik kennt ihr bestimmt aus dem ersten Endboss von den Artisan-Welten. Da war die Welt auch. Und das ist alles hier. Da ist der Ballonfahrer. Eine kleine Insel. Da ist ein Tor zur Welt. Drei Drachenmäuler. Eine Ratte. Und das werden alle Edelsteine sein, Leute. Wo ist da mal die Ratte? So, und dann befreien wir gleich mal den Drachen hier. Delbin. Haben wir dich mal befreit? Hey, habe ich dich nicht schon befreit? Du bist jetzt in Narsis-Welt, Spyro. Und du bist der Drache, der ihn besiegen muss. Auf geht's. Ich bin bereit. Finde den Ausgang in allen Narsis-Ländern. Dann kannst du den Norg selbst herausfordern. Wir holen erstmal die Edelsteine, die wir hier holen können. Auch bin ich bezweifelig, dass man jetzt hier gerade im Moment zwar eine Edelsteine finden soll. Beim Ballonfahrer liegen natürlich einer hier noch. Es ist auch wieder Amos. Nächstes Hack. Wir bleiben natürlich hier, klar. Wie gesagt, das ist alles. Die drei Drachenmäuler. Und das eine Tor hier. Ja, und mehr als 75% die Edelsteine finden wir jetzt erstmal hier noch nicht. Hier hinter zumindest nicht. Und ja. Die werden hier im Maul versteckt sein, denke ich mal. Da ist auch ein Tor hinter, haben wir gesehen. Hier geht's dann zu Narsis-Noak. Da haben wir es, da sehen wir es, da können wir es lesen. Und das hier ist das Zusatzlevel. Narsis Beute heißt das. Und aber erstmal werden wir mit diesem hier starten. Mit dem Norg-Kaff. Und zwar noch in dieser Folge, klar. Ich weiß nicht, ob wir den Norg selbst hier herausfordern noch in dieser Folge. Ich hab natürlich die Stop-Trofon einfach angestellt. Mal schauen, was wir schaffen. Die Welt ist aber cool. Muss ich ehrlich sagen. Die werfen jetzt Fässer auf uns. Einfach gegenram. Ja, und dann explodieren sie am Mim. Natürlich der Fässer von freien Verfügung. Ja. So, dann werden wir mal den Typen da erledigen. Der sitzt da so schön auf seinem Fass drauf. Ja, okay. Man darf ihn natürlich von den Fässern nicht überrollen lassen. Logisch. Das ist ganz einfache Physik. Ja, natürlich. So, der Fett ist weg. Geht doch. Okay. So, da haben wir ein TNT-Fass. Das dürfen wir natürlich nicht anrammen. Aber es zerstört für uns die Kiste. Logischerweise. Da haben wir auch noch zwei Kisten, die wir übersehen. Und hier haben wir den Eingang zum Tor. Also, sehen wir es. Da haben wir Leuchtturm. Und die müssen ganz und dringend gar nicht anzünden. Nein, die müssen wir diesmal nicht. Wie dran gibt's hier? Zwei Stück bloß. Wir finden die nächste Welt in der Nassis Welt noch recht cool. Ja, genau können wir gar nicht schaffen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann, das ist so das Level. Also, in der nächsten Folge werden wir das Let's Play wohl abschließen können. Schon leider eigentlich. Also, es ging recht schnell. Gut, ich hab jetzt lange Zeit aufgenommen. Aber ansonsten ging das recht schnell. So, wir holen hier noch die Ede-Stande. Da müssen wir noch nicht hin. Wir holen erstmal natürlich den Drachen da oben. Der sieht natürlich sehr zuverlässig aus. Oh, 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 oh. Das war knapp. Ich glaub, wir hätten erst da unten hingehen müssen. Oder auch nicht. Egal. So, warum er jetzt da TNT-Kisten runterschmeißt, ist mir schleierhaft. Ja, genau. Wir hätten erst wirklich da unten hingehen sollen. Aber okay. Wir machen das gerne so anders. So, Drachen befreien. Latif. Tja. Wie gesagt, es kommt immer näher. Zu Nassi. Okay, das sehen wir, wie wir das angehen müssen. Halt. So natürlich nicht. So natürlich ganz und gar nicht. Aber den hier. Wow. Oh, oh, oh. Und der hat natürlich auch eine Dings dran. Eine Metallpanzerrüstung. So, wow, 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 wow. Ich bin hier schon wieder. Ah. Nein. Vorsichtig, Spyro. Vorsichtig. Wir müssen natürlich auch schon wieder hier hin. So. Also erstmal den da, die Kiste da. Zack, 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 zack. Und. Da haben wir das erledigt. Und dann müssen wir den Typen da unten erledigen. Und nochmal. Zack, der ist denn erledigt. Also ich wiederhole mich, ich weiß. So, Edelstein. Und ab geht's. Zum nächsten Level. Nicht zum nächsten Level, sondern zur nächsten Stufe. Äh, ach, keine Ahnung. Ich sehe es aber nicht durch gerade. So, jetzt sind wir im Schiff drin. Die Rattenverlassungssignisschiff, natürlich. Leben. Wir sind der Sonnenfreund mit TNT und Panzerschutz. Jetzt also, klar, was da abgeht. Der kann natürlich nur schlagen, aber mehr nicht. Für uns kein Problem. Hier geht's nicht weiter. Da ist noch eine Kiste. Also das Level mochte ich wirklich. Das ist echt cool gewesen. Also die Ratten werden hier schon alle selber zerstört. Ja. Wunderbar. So. Oh. Oh, ist noch ein Knall, du dickes Viech. So, wie wir die Kiste jetzt erledigt kriegen, keine Ahnung. Hm. Weiß nicht, hätten wir da in der anders abfackeln müssen oder so? Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Gegenlaufen würde vielleicht kein gutes Ziel sein. Ach ne, da oben steht eine Kiste. Alles klar, ich hab's gesehen. So, da hinten stehen jetzt direkt zwei Stück hier. Na, komm. Sehr schön. So macht man das hier. Ah, okay. So macht man das natürlich nicht. So auch schon gar nicht. So, wir holen uns mal fix nochmal. Okay, das wird nichts. Also ich höre von hier aus vielleicht auch schon die Kiste zerstören da hinten. Nein, die fiegt natürlich nicht so weit. Wow. 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 Die Kiste muss ich natürlich auf die Lederstein legen. Sehr schön. So. Ah, ich verstehe. Hoffentlich klappt's auch. Yeah. Genau so. Und nicht anders. Haben wir's? Ja. So, Schmetterlinge? Ratten. Ratten sind auch gut. Ratten können wir in Schmetterlinge verwandeln. Genau. Okay. So. Jetzt war ich kurz still, weil ich nachgedacht habe. So, nächstes Leben. 18. Wow. Oha. Die haben überrascht, würde ich sagen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Okay, das wird lustig jetzt. Yeah. Oh nein. Wie hätten wir den denn erledigen müssen? So ganz bestimmt nicht. Ja genau, man muss ihn anzünden, logisch. Okay, da ist der nächste Drache. Thomas. Krass. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde. Vor allem nicht so ein kleiner Drache. Äh, ich meine, ich habe immer an dich geglaubt. Bei Robin? Das glaube ich gern. Hihi. Ja, da hat er sich ein bisschen ver... Verlabert, ne? Der gute... Der gute Mann. Der gute Mann vor allem. Der gute Drache. Okay, haben wir da was übersehen. Genau, haben wir auch. Yo, was gibt es hier zu sagen? Gibt es hier nicht mehr. Wie gesagt, das Level, das finde ich echt cool. Das mochte ich immer. Aber es ist nicht wirklich schwer. Nicht mit wirklich viel Rätseln verbunden, sondern einfach nur Spaß. Einfach den mal anzünden hier. Und dann war es das natürlich schon. Ja, jetzt haben wir keine Libelle mehr. Müssen noch ein paar Ratten finden. Nein. Hallo. Ihr fettnidio, da ist eine Ratte. Okay, Sparks. Da einmal. Und dann die Kisse. Und dann den Dicken hier natürlich. Logisch. Total logisch. Jetzt gibt es natürlich wieder drei Wege. Wo? Wegen nehmen wir als erstes. Ich würde sagen, den da. Der sieht so vertraulich aus. Natürlich. Dann gut in die Richtung. Und natürlich. Och Mann. Ich bin schon wieder zu doof fürs Spiel, Leute. Ja, wie gesagt. Ich bin natürlich zu doof fürs Spiel. Ganz einfach. Hm. Nein. Och nein. Nicht da schon wieder. Die Kula ist jetzt einfach mal mit Absicht außer Acht, weil ich jetzt keinen Bock habe, die alle einzig zu sammeln. Ich will hier schnell durchkommen. Komm schon. Wow. Das war knapp. Gut, die Ischen haben wir auch noch nicht gesammelt. Da haben wir schon mal einen gesehen. Beziehungsweise, das Sparks hat einen vergessen gehabt. Gut, die haben beide erledigt. Ich würde sagen, wir gehen heute mal in die andere Richtung. Da haben wir noch einen Schlüssel. Sehr schön. Fragt sich nur, wo die noch suggerige Kiste ist. Dann gehen wir jetzt wieder da lang. Wo wir erst hinwollten. Ach, Mann. Das kann es nicht geben. Jetzt haben wir ihn. So, jetzt nehmen wir das dichteste hier. Damit sollte es natürlich klappen. Genau. Ach, Mann, ey. Mal zwei so einen Idioten da unten. Oh, Mann. Okay, die haben wir beide getroffen. Wundervoll. Wir müssen uns damit auch nicht weiter beschäftigen. Ich glaube, wir haben schon den Weg genommen zum Levelende. Ja, so ist es. Dabei fehlt uns ja noch was. Nehmen wir noch eine Kiste, die zu öffnen ist. Also, nochmal darüber. Hier und... Ach, verdammt. So. Da hin. Iiiiih. Unsere Kiste wurde gerade zerstört da. Oh, die sind natürlich immer zu zerstört. Hallo. Geht es euch gut oder was? Geht es euch fettsäckig gut? Ich glaube auch, ne? So. Schlüssel. Edelsteine. Ich denke mal, wir haben alles. Oder? Oder? Yes. Alles klar. Das war es mit dem Level. Auch das haben wir wieder geschafft. Das ging wieder relativ fix. Das nächste Level müssten wir auch noch schaffen. Und dann in der nächsten Folge, wie gesagt, nach Sinok. Und der Abschluss des Let's Plays. Alles klar. Ab geht es denn. Ratte erstmal. Dann haben wir wieder Edelsteine. Genau. Twilight Harbour. Ah, guck mal. Da haben wir noch ein paar Edelsteine. Wundervoll. Gut. Da gehen wir jetzt natürlich rein. Also ab zu Twilight Harbour. Twilight Harbour. Das klingt natürlich wieder sehr romantisch, ne? Twilight. Ich sag nur. Ne, ich bin kein Twilight-Fan. So, hier haben wir Maschinengewehre. Also da müssen wir stark aufpassen, dass sie uns nicht abschießen hier. Also da hinten ballert ja schon wieder einer rum, wie so ein Bekloppter. Was gibt's hier? Ein Leben. Wundervoll. Sehr schön. Äh. Gut. Das ist noch eine Fieger. Da müssen wir dringend aufpassen. Die sind nämlich dabei hier. Also jetzt in diesem Level. Das ist wirklich das letzte Level von diesem Spiel. Das letzte mit Gegnern. Und in diesem Level setzt Narsinok alles nochmal ein. Die wollen Spyro wirklich killen hier. Mit Maschinengewehren und hast du nicht gesehen. Das wird immer recht spannend. So, da haben wir wieder so einen Dicken auch noch. Na, der ballert wirklich rum hier. Gut. Das geht recht fix. Das ist doch recht cool, dass er, wie gesagt, das mochte ich auch, wie die Narsinwelten sind. Cool, er ballert hier noch wieder rum, wie ein bescheuerter Idiot. So, die hier. Ich weiß nicht, wie viele die kriegen. Jetzt ist mal den Drachen. Ja, zwei müssen es sein, wenn der Narsinwelte noch einer ist. Kosmos! Bitte schön, sei einfallsreich wieder natürlich. Danke, dass du mich befreit hast. Der wirft mit Handgranaten und Messern. Oh Gott. Okay, den Typen hier kriegen wir auch noch dran. Auch wenn er noch rumknallt, wie so ein bescheuerter. Kein Zweck. Wow. Super silly, dich. Hier hat keiner eine Chance gegen Spyro. Nein. Wirklich. Niemand hat eine Chance gegen Spyro. Hahaha. Wow. Uh. Voll idiotisch kriegen wir auch. Genau. Gut. Das läuft ja hier. So, hier haben wir eine Hochdücke. Okay, dann kommt man da oben hin. Alles klar, hier gibt es bestimmt noch einen Supersprint. Sehr gut. Da muss man also durchs ganze Level sprinten. Und so kriegt man dann sicherlich auch die Kiste. Also. Ah, genau. Hier ist ein Supersprint. Jetzt anders regeln wir mal gleich. Das regeln wir mal alles gleich. Das ist. Und wir gar nicht mehr hin und her rennen müssen. Hier ist auch schon der zweite Drache. Also. Das ist wieder recht fix. Also wir müssen einfach hier durch. Um. Um. Da hinten die Kiste zu bekommen. Das war kein großes Problem. Nicht noch was hier. Nein. Da müssen wir die Brücke hoch machen. Dann kommen wir auch da oben hin. Joch. Das klappt schon. Das klappt. 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 So. Schicker Supersprint. Schicker Supersprint. Klar. Ab im Vollsprint. Alter. Wie bitte? Ich dachte, im Supersprint kriegen wir den umgeboxt. Nee. Ehrlich gesagt. Im Supersprint kriegt man die Typen umgeboxt. Die großen. Wo man sonst nur mein Feuer besiegen kann. Okay. Wenn nicht. Wenn nicht. Ratten gab es ja hier genug. Ratten gab es ja hier genug. Yeah. Oh. Na toll. Das war ein Leben. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal nicht. Nein. Nein. Das kostet jetzt zu viel Zeit. Oh doch. Ich bin lebensüchtig. Ich hol's mir. Hihihi. Weil ich's kann. Weil ich's kann. Ja. Ganz einfach. Weil ich's kann. Wow. Das war knapp. Wow. Das auch. So. Leben wir sicher 20 wieder. Jawohl. Das reicht für Nasti. Locker. Ich denke nicht, dass wir da sterben werden. Höchst. Nicht mehr als fünfmal. Oh. Drache. Befreit. Kletos. Sei auf der Hut von Nox. Genau. Wir müssen ja auch keinen von Nox auf der Hut sein. Ganz ehrlich. Erstmal den Großmeister hier ausbremsen, dass er seine Waffen mal weglegt. Denn Waffen gehören ja eindeutig nicht zu Spyro. Das gehört hier einfach nicht rein. So. Hier haben wir nichts mehr übersehen. Sehr schön. Ich will nämlich nochmal zurück. Da ist wieder so ein Typ, der gerne Hörgranaten schmeißt und mich gerne abstecher will. Hallo. Und du genauso, du Blödmann. Die laden immer nur, aber zum Schießen kommen sie irgendwie nie, ne? Zum Abschuss. Sie kommen irgendwie nie zum Abschuss. Wer es begriffen hat, bitte schreiben Illuminaten. Wer den Witz gerade verstanden hat, dann schreibt in die Kommentare Illuminaten. Ich bin mal gespannt, wie viele das machen. Hallo. Alter. Das war echt ein Mörderkill. Junge, Junge, Junge. Hallo. Du Schwein. Alter. Gibt es denn sowas? Das gesehen, wie hinterher ich dachte, das war? Alter. Der genauso. Ach, das gibt's doch nicht. Und da gibt's nicht mal was für. Also, ich glaube, ich bin gerade wieder echt so doof. So, jetzt bin ich gerade kurz aufs Konzept gekommen, der das hier lebt. Okay, Klinik, verzeih euch bitte. Und wir werden mal jetzt weiter machen. Und klar, muss man durchsuchen. So, da stehen geblieben. Oh ja, der wollte uns hier wieder. Und wir haben gerade den Typen erlegt, der uns gerade vorhin so brutal gekillt hat. So, du machst das auch nicht nochmal fertig. Ach, verdammt, der macht uns fertig. Du aber nicht. Genauso. So, das müsst ihr die Hale der Edelsteine auch schon haben. War da echt bloß diese eine Brücke? Ich kann mich erinnern, dass da mehrere Brücken waren. War da doch bloß diese eine Brücke mit dem Supersprint? Ist ja echt komisch. Also, als Kind kam mir das alles viel größer vor. So, jetzt fehlen natürlich wieder einer. Könnte ich wetten, dass hier irgendwie ein Edelstein fehlt. Nein, wir haben alles. Wunderbar. Also, kurz vor Levelende und Folgenende habe ich hier nochmal volle Kanne im Unterbrechen reingehauen. weil ich vollkommen aus dem Konzept gekommen bin. Aber egal, wir haben es geschafft. Damit können wir jetzt also beim nächsten Mal nachziehen Notepad kämpfen. Wir wollen jetzt noch die Edelsteine dafür. Wow, 10er, 25er, wundervoll. Ich glaube bald, jetzt haben wir hier die kompletten Edelsteine. Jawohl. Ja, ist ja sehr schön. So. Ratten noch. Wie gesagt, die Ratten verlassen das Ding das Schiff. Mehr, haben wir jetzt doch. Da ist noch eine Ratte. Sehr schön. Komm her, du bist Viech. Komm her. Ja, wunderbar. Braves Viech. So. Wir speichern hier. Und werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Im Kampf gegen Nachsinog. Und in der finalen Folge von Let's Play Spyro the Dragon. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.